Hallo liebe Astro-Rebellin, Astro-Rebell, willkommen zurück in deinem Kanal der Astrologie. Ich bin Emmanuel von Sennstern, dein astrologischer Lebensberater, Lebenscoach. Schön, dass du zurück bist und schön, dass du dir diese Videos anschaust. Wenn du diesen Kanal noch nicht abonniert hast, tu das jetzt bitte, damit du keine Beiträge, weder schriftliche Beiträge noch Videobeiträge von mir verpassen kannst. Und nun haben wir eine sehr angespannte Zeitqualität, astrologisch betrachtet. Davon habe ich in meinem letzten Video schon berichtet. Es handelt sich hier an erster Stelle um einen Neumond in Waage und zugleich auch eine Sonnenfinsternis, um genauer zu sein, eine ringförmige Sonnenfinsternis im zehnten Grad Waage. Und das geschieht schon morgen, Astro-Rebellin. Ja, der Neumond am 2. Oktober geschieht bei uns in Deutschland um 20.48 Uhr. Ja, da haben wir den exakten Neumond im 10 Grad Waage, wie gesagt. Und dieser Neumond steht in Konjunktion mit Merkur, auch mit Lilith und zugleich auch bildet der Neumond ein Quadrat zu Mars. Also das ist eine extrem angespannte Lage, Astro-Rebellin. Ja, das bedeutet, dass Geselligkeit, Kommunikation und freundlicher Austausch wohl nicht auf der Tagesordnung im Moment stehen. Es gibt viel Konfliktivität in der Luft. Und das kann dazu beitragen, dass es Missverständnisse gibt. Ja, eine Zunahme davon. Vielmehr scheint aktuell ein Klima von Protesten, vielleicht auch von Diskussionen und möglicherweise Gewalt zu geben. Denn Mars ist auch sehr impulsiv als Kraft. Und hier muss man sich in diesen Zeiten, jetzt im Oktober, sehr gut überlegen, was man tut, welche Handlungen man vollzieht. Man darf keine schnelle Schlüsse ziehen, sondern sich immer überlegen, was man tut. Denn wenn man einen Fehler begeht, jetzt im Oktober, und dafür sorgt, dass man Konflikte in Partnerschaften hat, dann wird man Probleme haben, dann wird man Schwierigkeiten haben. Die Winkellage von Mars zum Zeitpunkt des Neumondes im dritten Haus und Pluto in Medium Coeli, beziehungsweise am Mittelhimmel, verstärkt den Eindruck von Aufruhr und Protest. Die Konfliktivität, wie gesagt, wird sich erhöhen, Astro-Rebellen, mit diesen Konstellationen. Wir haben diesen Neumond in Waage und mit dem Waageseichen und der Bedeutung von Pluto geht es auch um Gerechtigkeit, hauptsächlich um Fairness. Wenn man geschäftliche oder auch private Verhältnisse führt, dann hat man hier die Frage, ob eine Verbindung überhaupt funktionieren kann. Weil vielleicht gibt es Unfairness, Unehrlichkeit oder Missverständnisse dabei. Es geht vielmehr mit diesem Mond um Reaktionen auf ein tiefes Gefühl der Ungerechtigkeit. Und deswegen ist es immer wichtig, dass man, wen es Missverständnisse im Laufe des Monats auftauchen, alles ehrlich anspricht, ja, und vor allem mit Ruhe. Im Moment sind die Menschen extrem unruhig aufgrund dieses Quadrats zwischen dem Neumondmorgen, zugleich auch zwischen der Sonnenfinsternis und Mars. Individuell gesehen, wenn du Himmelskörper oder wichtige Graden in deinem Horoskop um 10 Grad eines Zeichens hast, dann bist du von den Kräften der Finsternis besonders betroffen. Hast du einen Planeten im 10. Grad oder vielleicht auch den Aszendenten oder Immunkoeli, Dezendenten, Mittelhimmel vielleicht um 10 Grad, vielleicht um 12 Grad, vielleicht um 8 Grad. Da haben wir einen Orbis, welcher nur 2 Grad beträgt, ja, das ist fast wie exakt. Und dementsprechend bist du von den Auswirkungen dieser Finsternis und dieses Neumondes in der Waage besonders betroffen, wenn das der Fall ist. Natürlich musst du in deinem Horoskop genau schauen, aha, wo habe ich meine Planeten, meine Asteroiden und alle anderen Himmelskörper und wichtigen Punkten im Horoskop. Und wenn du nicht zurechtkommst, ich bin da für dich und ich werde dir ja professionell sagen, welche Bedeutung, welche Auswirkung diese Finsternis für dich persönlich haben wird. Wir haben auch eine Konjunktion Mond-Venus im Skorpion, also Mond-Venus zusammen in diesem Zeichen der Leidenschaft und das geschieht nach der Finsternis am 5. Oktober und das bringt von Mond und Venus im Trigon zu Mars und Saturn einen sanfteren, friedlicheren Tag, an dem der Austausch besser ist als ganz am Monatsanfang, auch wenn Mond und Venus in ihrem jeweiligen Zeichen schwach stehen und daher nicht in bester Verfassung sind. Denn Skorpion ist das Zeichen von Mars und Pluto. Und da sind Mond und Venus ein bisschen abgeschwächt und abgeschwächt bedeutet, dass unter anderem die Auswirkung davon ein bisschen schwierig sein kann in der Äußerung. Das heißt, hier kann man Probleme haben, sich zu äußern, aber gleichzeitig allgemein betrachtet, man sieht, dass diese Unruhe, die in den ersten Tagen des Monats vorhanden ist, ab diesem Zeitpunkt ein bisschen nachlässt. Wir haben auch im Laufe des Monats Mars Quadrat Merkur. Das ist wirklich, wirklich gefährlich als der Rebellen und das geschieht am 6. Oktober und das ist ein exaktes Quadrat in den Kardinalzeichen. Das kann sehr motivierend sein, aber es ist nicht günstig für den Austausch, für eine klare Kommunikation. Es gibt auf der einen Seite eine Abmilderung von negativen Aspekten, auf der anderen gibt es im Bereich der Kommunikation tendenziell wie ein Sturm. Und man sollte, wie ich schon gesagt habe, alle Entscheidungen, alle Taten, die man umsetzen möchte, mit Bedacht umsetzen, weil hier gibt es die Gefahr, dass man einen Fehler begeht und Konflikte in seinem eigenen Leben hervorruft. Und diese Konflikte werden nicht einen positiven Ausgang haben, jetzt im Oktober, ok? Also, ihr solltet ein bisschen vorsichtig sein. Auch das Thema Reise könnte von der allgemeinen Ungeduld und energetischer Lage etwas gestört sein, obwohl wir haben einen Adrenalinschub mit diesem Aspekt zwischen Merkur und Mars. Wir müssen bedenken, dass das Thema Reise viel Ärger mit sich bringen kann, jetzt im Oktober, abgesehen davon, wenn du Aspekte in deinem Geburtshoroskop hast, die diese negativen Einflüsse im Bereich der Reise abmildern. Wenn du eine Merkur-Mars-Dissonanz oder Spannung in deinem Geburtshoroskop hast, es ist ein guter Moment für Meditation, für Rückzug. Versuche dich auszuruhen, wenn du Mars-Quadrat-Merkur in deinem eigenen Horoskop hast, ok? Wir haben noch einen Spannungsaspekt, das ist ein Quadrat zwischen Sonne, Mars und Chiron in Kardinalzeichen. Und das geschieht am 14. Oktober. Das heißt, hier haben wir eine angespannte Lage, die mit Chiron zu tun hat. Und das betont die Wahrscheinlichkeit, dass man sich gegenseitig verletzt, ja? Man hat auch rebellische Impulse und man kann auch sehr schnell gewalttätig werden, jetzt im Oktober, ja? Also, viele Menschen müssen aufpassen, ja? Weil man kann hier unbedachte Handlungen tätigen, die sehr gefährlich sind im Oktober. Und in Bezug auf die Weltlage, wir sehen hier, dass die Konflikte zunehmen im Laufe Oktobers. Wir haben auch einen Vollmond im Widder, im 25. Grad. Ich möchte hierbei sagen, dass ich einen Fehler bei den Monatsprognosen für Oktober gemacht habe. Das habe ich schon in der schriftlichen Version meiner Monatsprognosen auf meinem Blog korrigiert. Aber in den Videos habe ich gesagt, dass der Vollmond in den Fischen geschieht, was nicht der Fall ist. Da habe ich mich ein bisschen vertippt beim Schreiben der Prognosen. Aber, wie gesagt, das geschieht, ja, am 17. Oktober haben wir halt den Vollmond. Und dieser Vollmond ist zugleich auch eine Finsternis, eine Mondfinsternis in den Kardinalzeichen. Noch einmal, die Kardinalkräfte sind sehr präsent im Oktober. Das heißt, es gibt sehr viel Action, es gibt sehr viel Bewegung, es gibt sehr viel Dynamik in diesem Monat Oktober 2024. Und auch weiterhin die Möglichkeit im Laufe des Monats, dass Konflikte noch schlimmer werden. Wir haben hier eine Konjunktion von Mond und Chiron und einem doppelten Quadrat zu Mars. Und Pluto ist auch involviert, ja, also kurz gesagt, es handelt sich um eine weiterhin angespannte Konstellation, die ein Klima der Gewalt und das Gefühl von Verlassenheit auslösen könnte mit ungestümen Reaktionen auf das Gefühl der Ungerechtigkeit. Also hier kann viel Aufruhr geben in der Bevölkerung, in der Welt, aber auch viel Konfliktivität. Machtkämpfe werden verschärft, Astro-Rebellen, insbesondere wenn du eine Konjunktion oder einen Spannungsaspekt zwischen Sonne und Pluto in deinem Geburtshoroskop hast. Also wir sehen hier, dass der allgemeine Trend im Laufe des Monats für viel Aufruhr sorgen wird. Ich empfehle dir, dass du dich beruhigst, indem du meditierst, indem du dich um deine Atmung konzentrierst und diese ganzen energetischen Veränderungen, die durch die Finsternis in Gang gesetzt werden, das kann für viel Spannung im Oktober sorgen. Du solltest schnelle Reaktionen meiden, okay? Weil wenn du hier, wie ich schon erwähnt habe, eine schnelle Handlung, eine unbedachte Handlung vollziehst und dann hast du eine schlechte Konstellation in deinem Horoskop, dann spielst du mit Feuer und dann wirst du auch verbrennen. Ja, also das ist eben die Folge von diesen Konstellationen. Und wenn du eine individuelle Beratung benötigst, eine professionelle Lesung für dich oder auch für andere Menschen, für Familienmitglieder, für deinen Partner, ja, für andere Menschen, dann kannst du gerne eine Beratung in Anspruch nehmen. Ich habe euch jetzt einen Rabatt gegeben. Ja, es gibt im Moment einen Rabatt zur Sonnenfinsternis von minus 15 Prozent für das große Rat für eine Person und du solltest diesen Rabatt annehmen. Das ist ein gutes Angebot. Es wird noch 72 Stunden gelten und du kannst jetzt deinen Termin mit diesem Rabatt auf meiner Homepage buchen. In diesem Sinne bedanke ich mich für deine Aufmerksamkeit und wünsche dir viel Glück. Vielen Dank.